Hey Freunde was geht ab und herzlich willkommen hier zurück bei JamoTV mit meiner kleinen Schwester Ist nicht schlimm Und mit meinem kleinen Bruder Ja heute wie ihr schon am Titel lesen könnt bringe ich den beiden bzw. eigentlich meine Schwester aber in einem Video brauchen wir natürlich auch meinen kleinen Bruder wieder bringe ich paar TikToks bei das heißt zum Beispiel kennt ihr den Song Ey Macarena Ja Kennst du? Ja Ja Kennst du? Ja 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 Letztzeit kommen die ja mega gut bei euch an und heute bringe ich denen wieder ein bisschen was weil ich hab heute drei aktuelle Trends ähm Du hast einen Zaubertrick für uns ne? Ja Kannst du einen Zaubertrick? Ja Jetzt bühnefrei würde ich sagen für dich mach mal einen Zaubertrick Zeig dir mal zeig dir mal einen Zaubertrick Oh mein Nein nicht Du sollst diesen einen Zaubertrick zeigen was du mal im Livestream gemacht hast 1 2 3 los 1 2 3 los Applaus für Ja Okay Leute ja wie gesagt ich hoffe ihr habt ein bisschen Spaß und könnt vielleicht ein bisschen dann auch danach auch diese Trends vielleicht auf eurem TikTok machen deswegen Ja ich würde sagen ich lasse euch nicht länger warten wir fangen an mit dem ersten Trend Das ist der erste Trend Wir machen den erstmal zusammen Das ist ein Alka mit einem Neon Guck mal wir stehen gleich hier die Kamera wird wieder hier sein ne TikTok da und dann wir fangen so an Hey Mach jetzt alle mit Alle mit Hey Macarena 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 Guck wir müssen jetzt erstmal diese ganzen Schritte lernen Guck mal 1 2 3 los Hey Macarena 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 Schulter Kopf Und jetzt Beine Hey Macarena Hey Macarena Macarena Mac... Zzzzzz Guck Bic Wie machen wir beide? So Macarena Macarena Ok Wenehmen auf Kosts 4 Więc Das war gut, aber können wir so lassen. Das haben die Gute hinbekommen. Nächster Trend. Der zweite Trend ist nur mit meiner Schwester. Und zwar, das ist der hier. Hast du den schon mal gehört? Wie einfach. Guck, ich sag's doch. Sie kriegen bei mir alles hin, Leute. Sie hat doch den besten Profi. Ihr wisst doch Bescheid. Okay, wir gucken mal, gehen mal durch. Gehen wir nochmal durch. Dann gehen wir so rein. Dann machen wir... Okay? Ganz easy eigentlich. Das ist nur am Anfang. All I want for Christmas is you. Okay? Ich mach so, ob das jetzt schmeckt. Ja, das ist gut. Wir kommen so, dann machen so. Das ist schon selber Profi, ehrlich. Ehrlich. Schon selber Profi. Dann machen wir so. All I want for Christmas. Ah. Dann kommen wir so rein. Links, rechts. All I want... So weißt du so. All I want for Christmas is you. Klack. Soja, boi. Tell. Aber was ist mit ooooooh? Dann machen wir auch. Das ist so. Ooooooh. Das ist der Trend. Ooooooh. Tchu. Ne. Ja. Soja, boi. Oh, wani. Crack. Wani. Okay, das kriegen wir locker hin, oder? Kriegen wir das hin? Mhm. Komm. Let's go. Okay, noch nicht. Ah, jetzt hab ich falsch gemacht. Jetzt hast du immer falsch gemacht. Okay, Leute. Wir nehmen jetzt auf. Ooooooh. Oooo. Wie kann ich denn, Wani? Welp. Die Cognitanz an? Ooooooh. Okay, das ist gut. Ja, ist gut, ne? Haben wir doch gut gemacht. Sehr gut, dann kommen wir jetzt zum letzten Trend. Aber für den letzten Trend brauchen wir noch wieder einen Gast. Einmal Applaus für Janai. Wie heißen sie? Jan Moli. Das gibt eine Anzeige. Ja, der letzte Trend ist dieser Slow-Mo-Trend, der gerade aktuell ja nicht am Start ist. Kennt ihr? Kennst du? Sie kennt alles. Kennst du? Nein. Aber ich hab schon... Nein, aber das ist einfach. Weißt du, wie man sich Slow-Mo bewegt? Ja. Was heißt Slow-Mo? Das bedeutet Lahn. Genau. Und wie... So einfach... Zum Beispiel, du willst so machen, aber du machst dann so. Kennst du? Okay, ich zeig euch jetzt, wo dieses Slow-Mo kommt. Das hier, guck. Jetzt Slow-Mo. Bis... Jetzt. Wir machen, was schön ist. Wir machen, und zwar, ich bin in der Mitte, ich tanze diesen normalen Tanz. Und ihr kommt dann so nach oben. Und dann geht ihr wieder runter. Dann mach ich so. So, so. Hab ich jemanden gesehen? So. Und ich... Genau. Ja, Mann, komm. Komm. Hier, hier, hier. Hinter noch und so. Und dann guckst du bei der Slow-Mo, komm, machst du so. Wir machen dann so. Nein. Nein, wir zurück. Ich mach das, du mal den Tanz. Wir haben gesagt, Baby, LHB. Guck, ich mach gut. Ich mach gut. Ihr seid so, ne? Und dann kommt ihr rein. Weil? Jetzt. Ja, dann komm die rein, genau. Dann guckst du so mit der Light, zur Kamera so. Schaffen wir? Wir versuchen. Ich hoffe. Wir nehmen auf, let's go. Eigentlich war gut, oder? War nicht gut? Doch, gut. Dann perfekt. Haben wir hinbekommen. Sehr gut. Leute, damit haben wir alle drei Trends geschafft. Richtig geil. Hat mich richtig gefreut. Haben wir gut hinbekommen. Und sehr, sehr schnell hinbekommen. Ja, richtig schnell hinbekommen. Wallah, richtig gut. Sehr, sehr nice. Freut mich, freut mich. Ja, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Und vielleicht kennt ihr jetzt ein paar von den Trends. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Im nächsten TikTok-Tutorial. Ja, gut. Ich würde sagen, haut rein. Euer Jamo. Ciao, ciao.